Die BG Göttingen und 89.0 RTL proudly present Chris Rock und Feichen for Life. Denn unser Mr. Boom, der regelt das schon. Oh, Junge, shoot oder pass rechts raus. Ab zum Alioub und die Crowd flippt aus. No look zurück, denn Kohle steht frei. Er zieht trocken ab und er passt für drei. Boom, Bada, Bang, Bang, Boom. Die Zone gehört dem Incredible Boom. Er sah dabei herzlich so, wie ein Papa. So ist er, der Jason, unser Monster Placker. Von Punkt zu Punkt und von Sieg zu Sieg. Fühlen uns Jacobson und Roger Speed. Und das so schnell wie Speedy Gonzales. Übernehmen wir das Spiel, damit das hier klar ist. Und am Ende keine Fragen auf Kommt, man. Der Luftraum gehört bis zum C2O. Wenn du mich fragst, gibt's kein besseren Forward als Dwayne Anderson. Das ist Göttingen. Feichen for Life vom ersten Anwurf bis ins Overtime. Göttingen 1, all die anderen sollen kommen. Denn unser Mr. Boom, der regelt das schon. Das ist Göttingen. Feichen for Life vom ersten Anwurf bis ins Overtime. Göttingen 1, all die anderen sollen kommen. Denn unser Mr. Boom, der regelt das schon. Ich erklär dir das mal in ein paar Worten. Der King und im Korb ist Chris McNaughton. Und wer schieß schneller als ein Star Trek-Faser? Mr. Taschfinger, Chester Fraser. Bam, und Jordan zieht ab. Ein Problem ohne hinzusehen, das Ding passt. Falls Michael Matt vergibt, ist unser Tobi schon dran. Mann, ich sag's euch, er steigt hoch zum Dach. Und der kleinste Mann steht genau in der Mitte. Please stand up for John Little. Diese Steel Machine ist schlink wie ein Wiesel. Von Sieg zu Sieg, da wächst er wie ein Riese. Und mit den Fans im Rücken sind wir riesig. Wir sind die BG4 und die Sicht. Wir sind die BG4 und die Sicht. Wir sind die BG4 und die Sicht. Das ist Göttingen. Feichen for Life vom ersten Anwurf bis ins Overtime. Göttingen 1, all die anderen sollen rum. Denn unser Mr. Boom, der regelt das schon. Das ist Göttingen. Feichen for Life vom ersten Anwurf bis ins Overtime. Göttingen 1, all die anderen sollen rum. Dann ging's um Sieg. Let's get it on.